Was haben wir doch für ein Vorrecht, einen Retter zu haben? Und was haben wir für ein Vorrecht, dass wir unsere Lieben wiedersehen, wenn sie heimgegangen sind? Das gibt es nur bei Jesus. Und das ist so wunderbar. Und das kann nur sein, weil diese Türe offen ist. Eine offene Türe ist da, um durchzugehen. Nicht, dass sie offen steht, dass es zieht. Und man muss sie zumachen. Die Türe ist offen, dass wir durchgehen können. Die Tür zum Vater ist offen. Und wir haben dieses besondere Vorrecht, dass wir Zugang zum Himmel haben. Und auch unsere Lieben wiedersehen. Bis Jesus sein Erlösungswerk auf dieser Erde vollbracht hatte, war der Himmel für uns Menschen verschlossen. Im alten Bund war es so. Und durch die Geburt von Jesus wurde das alles umgedreht. Gott schaffte für uns den Zugang zum Himmel. Mit der Geburt von Jesus hat das Erlösungswerk für uns Menschen begonnen. Als Jesus auf diese Erde kam, war der ganze Himmel in Aufruhr. Die Menge der himmlischen Heerscharen lobten Gott. Sie jubilierten und sangen, dass es auf der Erde zu hören war. Sie erschienen den Hirten auf dem Feld. Sie freuten sich, dass der Sohn Gottes den Himmel verlassen hat und es wirklich getan hat, um auf diese Erde zu kommen. Jesus öffnete die Tür zum Himmel, als er auf diese Erde kam. Das war das Gewaltigste, was es jemals gab. Ein Ereignis, das die Welt für immer verändert hat. Wir Menschen bekommen Zugang zum Himmel. Gott kam und öffnete die Tür. Das Übernatürliche wurde Realität. Die Perspektive ist da. Reich Gottes kann gebaut werden, wie im Himmel, so auf Erden. Das Übernatürliche war geboren. An Jesu Geburt war nichts Gewöhnliches, rein gar nichts. Es war eine übernatürliche Ankündigung, übernatürliche Empfängnis und ungewöhnliche Geburt. Auslösung einer damaligen Weltkrise mit Ermordung von Kindern. Der Herr Rodes, wenn wir uns erinnern. Das Übernatürliche wurde Realität. Des Vaters Plan ging in Erfüllung, in Zusammenarbeit mit den Menschen. Er hätte es gar nicht tun können, ohne die Mithilfe von Menschen. Wir kennen alle die Geschichte, als der Engel zu Maria kam. Er sagte, du wirst schwanger werden und du sollst deinen Sohn Jesus nennen. Lukas 1, 34 und 35 Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Kann man das als Mensch begreifen, dass der Sohn Gottes geboren wird? Gott in Zusammenarbeit mit den Menschen. Der Himmel kommt mit der Erde in Berührung. Und das Erstaunliche lesen wir im Vers 38. Da heißt es, Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Das berührt immer sehr mein Herz, diese Reaktion von der Maria. Ein Mensch arbeitet mit Gott zusammen und stellt die Welt auf den Kopf, ohne zu überlegen, was es für sie bedeuten könnte. Am Ende des Gesprächs sagte sie, ohne zu zögern, es geschehe mir nach deinem Wort. Also praktisch, wie du willst. Denke einmal nach, wie du reagiert hättest. So etwas, noch nie da gewesen. Maria hatte ein vollkommenes Ja, obwohl ihr das das Leben kosten hätte können. Nach damaligem Gesetz konnte sie gesteinigt werden und noch mehr. Der Josef hätte sie verlassen können. Und er hatte es ja auch im Sinn, wenn wir da die Geschichte nachlesen. Und da hat auch Gott zu ihm gesprochen. Von ihrer Familie hätte sie ausgestoßen werden können. Wer würde ihr glauben, dass sie so etwas erlebt hatte? So eine Geschichte? Noch nie da gewesen? Erzähle mal so eine Geschichte. Wer glaubt dir das? Mir geschehe nach deinem Wort. Das ist das Wichtigste für uns, für unser Leben, dass wir das wirklich sagen können. Mir geschehe nach deinem Wort, Jesus. Gott will mit uns zusammenarbeiten. Und er möchte dich mit einbeziehen. Er möchte mit dir Reich Gottes bauen. Vertraust du ihm so, dass du auch sagen kannst, mir geschehe nach deinem Wort. Er möchte Großartiges tun auf dieser Erde. Und er braucht uns. Er braucht dich und er braucht mich, um sein Reich auf dieser Erde zu bauen. Uns Menschen, gerade dich. auch du bist ein Werkzeug in seiner Hand. Vor allem, wenn wir sagen, mir geschehe nach deinem Wort. Mir geschehe, wie du willst. Dein Plan soll in meinem Leben in Erfüllung gehen. Gottes Plan. Die Tür ist offen. Jesus ist auf diese Erde gekommen. Doch der Zugang zum Himmel für uns ist damit noch nicht gegeben. Das war erst der Anfang. Jesus musste zuerst seine Bestimmung vollenden. Die Geburt war nur eine Sache. Der Beginn. Er ist gekommen. dass dies überhaupt möglich wurde. Was ist eine Türe, die offen ist und man kann nicht hindurch gehen? hindurch konnten die Menschen erst dann, als Jesus auferstanden war. Bis dahin war es einseitig. Gott kam auf diese Erde. Und erst als der Vorhang zerriss und Jesus aufgefahren war zum Vater, erst dann war der Zugang frei, um durchzugehen. Für dich und für mich. für uns Menschen. Seitdem ist das Übernatürliche in Form des Heiligen Geistes in uns und wir haben Zugang zum Himmel. Wie im Himmel, so auf Erden. Das Reich Gottes breitet sich aus auf der Erde. Und noch etwas Interessantes findet sich im Zusammenhang mit der Geburt von Jesus. Jesus wurde in Bethlehem geboren. Bethlehem heißt im Hebräischen Brothaus. Die Bibel sagt, dass Jesus das Brot des Lebens ist. Er ist im Brothaus geboren und er ist das Brot des Lebens. Für uns ist er das Brot des Lebens. Und wir lesen das in Johannes Kapitel 6, Vers 32 bis 35. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herniederkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Der Vater hat das Brot des Lebens auf diese Erde geschickt. Jesus sagt selber, ich bin das Brot. Er sagt, denn das Brot Gottes ist der, welcher vom Himmel kommt und er ist gekommen für uns. Er kam und hat die Türe geöffnet, damit wir Zugang zu diesem Brot des Lebens haben. Ein Brothaus ist das, wo wir unsere Nahrung herbekommen, unsere geistliche Nahrung hier. Da, wo wir gesättigt werden mit allem, was wir brauchen. Es gibt in der Bibel eine interessante Geschichte, die uns die Bedeutung des Brothauses noch verdeutlicht. Ruth, Kapitel 1, Vers 1 und 2. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann von Bethlehem, Judah, ging hin, um sich im Gebiet von Moab als Fremder aufzuhalten, er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Nomi und den Namen seiner beiden Söhne Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem, Judah. Und sie kamen im Gebiet von Moab an und blieben dort. Das ist die Geschichte einer Familie, die auszog von Bethlehem in das fremde Land mit Namen Moab. Anscheinend hat es ihnen in Moab gefallen, weil es heißt, sie kamen dort an und blieben dort. Wenn wir unsere Geschichte betrachten, sehen wir eine Familie, die im Brothaus wohnte. Sie waren eigentlich am richtigen Platz. Wir lesen aber, dass in diesem Brothaus, in diesem Land eine Hungersnot entstand. Wie kann so etwas sein? Eine Hungersnot im Brothaus. Wenn wir keine Nahrung mehr aufnehmen, entsteht in unserem Leben Hungersnot. Und viele Menschen leben in geistlicher Hungersnot. Sie nehmen das Brot des Lebens nicht mehr auf. Das Brot, das vom Himmel kommt, so wie wir es gelesen haben. Die Türe ist offen, doch die Menschen gehen nicht hindurch und holen sich das Brot des Lebens. Sie beten nicht mehr, sie hören Gott nicht mehr, sie lesen nicht mehr in der Bibel und der Gottesdienst ist für sie langweilig, interessiert sie nicht mehr. Sie sind entmutigt und müde. Das ist geistliche Hungersnot. Und das ist eine schlimme Situation. Da hat man keine Perspektive mehr und man wird hoffnungslos. Wie sieht es in deinem Leben aus? Wo du lebst? Ich meine, dein geistliches Land, dein Brothaus. Hast auch du vielleicht dein Brothaus verlassen? Oder überlegst du, ob du es verlassen sollst? Weil bei dir eine geistliche Hungersnot ist? In unserer Geschichte lesen wir, dass anscheinend alle anderen geblieben sind, nur die Familie des Elimelech ist ausgezogen. Sie hatten wahrscheinlich kein Vertrauen mehr, dass sich die Situation verändern würde. Sie hörten vielleicht, dass es in Moab viel besser sei. Denkst du vielleicht auch, dass es woanders viel besser ist, als da, wo Gott dich hingestellt hat? Hast auch du dein Vertrauen verloren, dass sich deine Situation verändert? Die Türe ist offen. Dort ist alles, was du zu deiner Lösung, deiner Probleme brauchst. Totale Versorgung, Zugang zu allem. Das Übernatürliche wohnt in deinem Herzen und dadurch hast du Zugang zum Vater. Vertraue dem, der dir helfen kann. Sie gingen in ein fremdes Land und erwarteten dort Hilfe. Und in Vers 4 lesen wir, dass sie zehn Jahre dort lebten, in der Fremde. In Bethlehem hatten sie zwar nicht viel zu essen, doch ihre Familie war da, ihr Haus, ihr Besitz, alles war dort. Die Bibel sagt uns, wie es ihnen weiter erging. Vers 3 bis 5. Da starb Elimelech, der Mann Nomis, und sie blieb zurück mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen Ruth. Und sie wohnten dort etwa zehn Jahre. Da starben auch diese beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb zurück, ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Aus der Sicht Nomis gesehen, ging es ihr hier noch schlechter als in Bethlehem. Es hatte doch alles so wunderbar ausgesehen. Hier hatte sie zwar etwas zu essen, aber sie hatte alles verloren, was ihr lieb war. Ihre ganze Familie. Sie hatte nichts mehr. Alles war kaputt. Und wenn wir unser Brothaus, das Wort Gottes, verlassen, befinden wir uns auf dem Territorium des Feindes. Und das Territorium des Feindes ist die Welt. Es lohnt sich nicht, das Brothaus zu verlassen. Auch wenn wir manchmal in eine geistliche Wüste hineinkommen. Auch wenn es mal nicht so gut aussieht. Wenn das Feuer für Jesus, das wir einmal hatten, erloschen ist. Es lohnt sich nicht, das Brothaus zu verlassen. Vielleicht ist die Gemeinde langweilig geworden. Es tut sich nichts in unserem geistlichen Leben. Wir sind nur noch Mitläufer. Man probiert alles Mögliche aus, lässt sich überreden, dies und jenes zu machen. Ob es vielleicht auch hilft. Aus was für einem Grund auch immer, wir verlassen das Brothaus und begeben uns in Feindesland beziehungsweise in fremdes Land wie Elimelech und seine Familie. Wir suchen unser Glück woanders. Wir vertrauen anderen Dingen, die uns lukrativ erscheinen. So wie dieses Land Moab für sie lukrativ erschien. Ja, dort geht es uns vielleicht besser. Jesaja 55, Vers 2. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Das heißt, warum geht ihr woanders hin? Warum vergeudet ihr eure Mittel und eure Zeit für Dinge, die euch nichts helfen? Warum setzt ihr Ressourcen ein für Dinge, die keinen Wert haben, die nichts bedeuten? Und weiter heißt es im Vers 2. Hört doch auf mich und esst das Gute und eure Seele labe sich am Fetten. Neibt euer Ohr und kommt zu mir. Hört und eure Seele wird leben. ist das Gute. Das Brot vom Himmel Gottes Wort, das deine Seele sättigt und labt und sie nicht verhungern lässt. Deine Seele wird leben, so heißt es hier. Da ist die Fülle und da haben wir alles, was wir brauchen. Wir werden nie geistliche Hungersnot haben, wenn wir auf Jesus hören und unser Ohr zu ihm neigen. Es erstaunt mich immer wieder, wie Gott doch das Herz der Menschen kennt. Hast auch du Hilfe gesucht in fremdem Land? Hast vielleicht Geld ausgegeben, viel Geld und es hat nichts geholfen? Is das Gute. Komm zurück in das Brothaus. Da ist die Fülle. Nomi verlor alles. Nachdem sie nichts mehr hatte, besann sie sich, wo sie eigentlich herkam. Sie erinnerte sich, wie gut sie es hatte, als sie noch in Bethlehem wohnte, im Schutz der Familie. Besinne dich, wie gut du es hast bei Jesus im Brothaus. Volle geistliche Nahrung, Überfluss, Schutz, Hilfe, Trost, alles, was du brauchst. Nomi wollte zurück. Sie hat sich entschlossen, zurückzukehren in das Brothaus. Und sie nahm Ruth mit. Wir wissen das aus der Geschichte. Und wenn sie das nicht getan hätte, hätte sie nie Anteil gehabt an der Blutslinie von Jesus. Ruth ist im Stammbaum von Jesus. Der Sohn Ruth ist der Großvater von David. Und wir können das nachlesen in Matthäus Kapitel 1. Also Nomi wollte zurück. Wir lesen das in Ruth Kapitel 1, 19 bis 22. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt ihretwegen in Bewegung. Und die Frauen sagten, ist das Nomi? Sie aber sagte zu ihnen, nennt mich nicht Nomi, nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Nomi? Da hat der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses getan hat. So kehrte Nomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Und dies ist der wichtigste Teil der ganzen Geschichte. Nomi ist umgekehrt. Sie hat erkannt, dass sie nicht richtig gehandelt hatte. Sie hatte das Brothaus verlassen. Sie sagt, voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Ursprünglich hatte sie alles und weil sie fortgegangen war, hat sie alles verloren. Und was war das Erste, was sie sah? Es heißt hier, sie kamen zu Beginn der Gerstenernte. Das Erste, was sie sah, war Brot. Gerste, Nahrung. Ja, das wirklich Wichtigste in unserem Leben ist, umzukehren. wenn wir das Brothaus Jesus verlassen haben. Erkennen, dass es falsch war und zurückkehren. Egal, in welchem Land du dich gerade befindest, im Land des Okkultismus, im Land der Esoterik, im Land der Gleichgültigkeit oder im Land der Entmutigung, im Land der Hoffnungslosigkeit oder im Land der Verzweiflung, kehre um, komm zurück ins Brothaus. Die Türe ist offen, komm und geh hindurch. Wenn wir zurückkehren, bietet Jesus uns Nahrung an, geistliche Nahrung, und das ist Hilfe in jeder Beziehung. Da ist keine Hungersnot mehr, da ist Überfluss. Egal, wie weit du weg bist von Jesus, kehre um. Wenn wir zu ihm zurückkehren, kommen wir mit leeren Händen, wie Nomi. Doch sie bleiben nicht leer und das ist das Entscheidende. Unsere Hände werden gefüllt. Unser Leben wird gefüllt. Nomi wurde wieder aufgenommen in die Gemeinschaft und sie freuten sich alle und sagten, ah, ist das Nomi? Und sie erhielt durch den Löser Boas alles zurück. Familie, Land und Besitz. Und dieser Boas ist ein Bild auf Jesus. Jesus gibt uns alles zurück, was wir verloren haben. Er hat alles für uns bereit, was wir brauchen. Die Tür ist offen. Schlecht geht's uns nur im fremden Land. Weg von Gott. Weg vom Brothaus. Weg von Gottes Wort. Und Gott stellt alles wieder her, was in deinem Leben zerbrochen ist. Das, was der Feind kaputt gemacht hat, Lass dich nicht blenden. Bleib in deinem Brothaus. Da, wo deine Seele satt, gefüllt und getröstet wird. Die Tür ist offen für dich. Amen. Danke, Jesus, dass du uns eine offene Tür bereitet hast. Dass du gekommen bist auf diese Erde, um das zu ermöglichen, dass die Tür offen ist. Dass wir hindurch gehen können zum Vater. Dass wir wirklich einen Zugang zum Himmel haben. Wie im Himmel, so auf Erde. Und wir danken dir einfach für dieses wunderbare und große Vorrecht. Und wir danken dir, dass du uns gebrauchen willst auf dieser Erde als deine Werkzeuge. dass du uns gebrauchst, um dein Reich auf dieser Erde zu bauen. Und du gebrauchst jeden Einzelnen. Du hast jedem Einzelnen Talente gegeben, Möglichkeiten gegeben. Und du hast einen Plan für jeden Einzelnen. Und wir danken dir, dass wir in diesem wunderbaren Brothaus leben dürfen, wo unsere Seele gestärkt und satt wird. Wo wir Trost haben und Kraft empfangen, wo wir Lösungen empfangen für unsere Probleme. Danke, Jesus, dass diese Türe offen ist und dass wir da wirklich hindurch gehen dürfen und hindurch gehen können. Dass du der Herr bist, der uns alles gibt, was wir brauchen. Und wenn wir einmal davon gelaufen sind, dürfen wir umkehren. Und du hast Vergebung für uns. Auch diese Türe ist offen für Vergebung. Für wunderbare Vergebung. Und wir danken dir einfach für diese Möglichkeit. Für das, was du für uns getan hast. Danke, Jesus, dass du gekommen bist auf diese Erde und diese Türe aufgestoßen hast, diese Türe geöffnet hast. Amen. Amen. Untertitelung. BR 2018